Grüezi miteinander und damit recht herzlich willkommen zurück zum neuen Video hier im LS19 Multiplayer auf der Stappenbach zusammen mit dem Dennis Bonnup Halloa! Und dem Podbana. Bonbanoa皆さん! Ja, da gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Den Link dazu findet ihr immer im angepinnten Kommentar unter jedem Video was ich poste. Kannst du dir noch mal kopieren, du faune Socke. Nein, ich bin kein Mensch der Videobeschreibung macht. So, das ist das Problem. Dann kopierst du dich und fährt dich. Das Problem ist immer, ich bin so unkreativ schon bei den Videotiteln, dass ich es nie mehr schaffe, eine Videobeschreibung zu machen. Ich bin so voll unkreativ, das geht mir genauso. Beim Titel fängt es ja schon an. Ne, ähm, ja. Ich versuch's mal. In die Videobeschreibung, wenn nie, der Daniel tut's vorsichtshalber nochmal unten rein posten. Als Kommentar. Da haben wir wenigstens einen Kommentar unter den Videos, dass es auch schon mal viel hat. Ja. Ja. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da gibt es fast jeden Tag Streams gern Follow da lassen. Fast jeden Tag, außer ich muss hierbei auf dem Sklavenhof meine Schichten verbringen. Ja. Dennis, die Seemaschine musst du anheben, wenn du auf der Straße fährst. Ist doch nie so zugeklappt. Ja. Und wenn du aussehen willst, ne, aufklappen und anschalten. Na gut. Hallo. 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 Sir, bitte mal eine kleine Rückblende in die letzte Folge. Dann. Ihr könnt euch mental in die letzte Folge. Das war die letzte Folge, wo es geht, da war ich nicht dabei. Ja. Doch. Ne, in der letzte Folge nicht. Das war schon jetzt weiter. Scheiß. Aha. Aber ne, das war in der Folge nie dabei, wo er den Düngerstreuer angekoppelt hat, statt der Seemaschine und dann Mais aussäen wollte. Ja. Das war nicht im Umfang enthalten. Ich mag das ja bloß unterhaltungsmäßig. Ja. Ja. Der Daniel, der hatte ja irgendwann mal das Ziel der Potbahner, mal ein Best-of zusammenzuschneiden. Und da werdet ihr solche Sachen dann vielleicht auch sehen. Ja. Ja. Ja, ja. Ich mach das, wenn Steven meinen Link in eine Beschreibung gepackt hat. Dann dauern. Das mache ich gleich heute noch. Das stört mich gar nicht. Ich lade sie dann eh noch alle hoch und dann mache ich das gleich. Kann ich ja einen Zwischenspeicher packen auf dem Handy. Ja, ich mache dann auch so ein Kevins Spezial. Genau. Ja, da kann ich auch den Folgen alleine rausdrehen. Ja, kannst ja mehr Teile. Best-of erste Folge, Best-of zweite Folge. Ja, bester Spruch war immer noch mit Kevin sein Freundin. Ach so. Auch den werden wir dann im Best-of noch mal wiederfinden. Kommt rein. Ich glaube, der hat sich gerade daran erinnert. Ja, wo man dann die Folge schnell beendet haben muss. Ja. Ja. Das war so alles skaliert. Ja, ja. Das will eh noch. Wirst du es noch ändern? Welcher Folge das macht? Ja. Das war eher kurz... Fünfte? Sechste? Na, das sind dann nicht. Ja. Das war auch immer eine ganz frühe Folge. Das war auch immer eine ganz frühe Folge. Das war der erste so. Glaube ich. Wir sind ja mittlerweile auch schon bei der beträchtigen Anzahl angekommen. 31. Ja. Ne, ist ja schon fertig. Ja, du Dennis, du musst natürlich jetzt ähm... Ich hab da 29 schon los. Ja, aber du musst jetzt einfach die zwei auslassen und dann die höheren Zahlen beschriften. Das ist am ersten Mal so. Das heißt, es kommt mal einfach durcheinander. Ne. Doch? Dann weißt es ja. Ne. Also... Was machen denn die Leute, die sich das vorher nie angeguckt haben? Dann haben sie Pech. Super. Das ist ja eine tolle Einstellung. Da haben sie einfach Pech. Ja, da hört ihr mal... Was denn jetzt, wenn den qualitativ hohen Standard an sich selbst setzt? Dann haben sie Pech. Also beim Zug-Simulator würde man sagen, der Zug ist abgefahren. No. Das wollten wir ja auch noch machen. Hast du dir jetzt eigentlich nur geholt? Ich hab Train Simulator 2, ne? Ja, Train Simulator 2. Hast du dir geholt, ne? Ja, ich hab mir auch schon einen Haufen DLCs gekauft. Aber irgendwie hatte ich noch keine Zeit, die zu spielen. Das ist das Problem. Also ich hab mal geguckt, ICE hab ich mal angespielt. Du musst ja immer erst dieses räudige Tutorial machen. Das hab ich mal angespielt. Und ansonsten taste ich mich jetzt halt durch. Das ist richtig. Ist halt nicht so ganz so professionell wie bei mir, ne? Wer dann noch den Originalzug holt, dann noch nach Fahrplan fährt und alles. Ja, ob man das jetzt nur professionell oder anders nennen müsste, ich weiß es nicht. Ach. Das ist doch gut. Ne, man muss sich auch mit den Dingen beschäftigen, die man macht. Das ist ganz klar. Richtig. Und ich bin halt noch in der Einarbeitung jetzt. Boah. Ah. Weil ich will dann auch nie so rumstottern wie andere. Und ich will auch ein bisschen was erzählen. Da muss ich auch schon eine Ahnung dann davon haben. Wohl andererseits hat man ja in der vorletzten Folge schon geklärt, wenn man keine Ahnung hat. Und dann was sagt, glauben wenige Leute das mehr. Ja, das ist das Problem. Also sollte ich wahrscheinlich doch einfach in Aufnahme gehen und dann anfangen noch Spiel zu spielen. Richtig. Machst du die Politiker. Erzähl die Scheiße, aber bringt keine Ahnung. Naja. Das dürfen wir hier nie so breit treten auf dieser Plattform. Ist ja schließlich für Kinder. Auch für Kinder, so. Wir kennen da die Politiker der Zukunft. Ist das wirklich so? Naja, wie auch immer. Da darf sich jeder seine eigene Meinung bilden. Richtig. Ich hab die Ecke drückt. Ich hab die Ecke drückt. Wie ist eigentlich nur einer, wie die Partei von Marc Benecke ist? Naja. Von was für ein Vieh? Der Marc Benecke, der Professor hier. Der sich mit den Insekten nach dem Tod, also wie irgendwelche Bestimmungen, Todesbestimmungen über Insekten und sowas. Na, das kann ich auch nie sagen. Der ist forensischer Biologe, irgendwie so. Keine Ahnung. Der hat auch eh eine Partei. Oder gehört eh einer Partei an. Bild ich mir zumindest ein, dass ich das irgendwo mal gelesen hab. Kann natürlich auch mittlerweile schon wieder vorbei sein. Ja. Wir können ja auch eine Partei gründen. Das haben wir auch schon gesagt. Ja. Die YouTube Spasten. Nee, da gibt's schon andere. Die Millionen da mitmachen. Jeden Monat. Ja. So. Ein fertig. Was? Fertig? Achso. Ich? Lala. Dann werde ich mir jetzt erstmal den Dünger, äh, den Saatgut auffüllen und dann Dünger streuen. Eine Fettrat-Idee. Was hast du? Gut, dass ich hier noch am Schaufeln bin. Ja. So, ich hätte auch ein Lenkrad. Ich hätte ja auch ein Lenkrad zum Spielen. So. Glaub ich zumindest. Ach schön. Aber kann man die nie wirklich noch ein bisschen bearbeiten? Die Servus, dass sie nicht mal ganz so scheiße klingen. Wenn man vernünftige Dinger da drin verbaut hat, dann sollte das gehen. Achso. Ich hatte ja nie vor, das ganze Lenkrad umzubauen. Auf allem nie für den Preis. Ja. Ja. Mal ein bisschen WD40 rein, dann geht das. Ja. Ach, weißt du, du hast ja eine Switch. Die nächste Folgen nehmen wir mit der Switch auf. Ah. Ich hätte ja mal Mario Kart spielen. Na. Äh. Wenn dann AC. Okay wir haben esteben kaputt gemacht. Ja. nein ja dann müssen wir aber geht das online ja ja und dann schon die freundschaften kaputt nie wenigstens das schlimmste spiel überhaupt im ausrasten machen wir ein kleiner fifa oder mario party kannst du auch anderen zusammenspielen das dauert so lange da ich kann was da so ist stunden aber mario kart könnte ich mir vielleicht noch vorstellen sowieso üben zwar viele aber ja du brauchst ja nur die richtigen leute damit spaß macht so lange wie spaß macht wenn andere 100.000 euro damit kriegen können wir das auch schaffen so haste klick bett und dann kommt die regenbogen strecke ne du 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 ich würde gerne mal so ein richtigen klassiker spielen naja das mario kart für den ff0 oder was ne besser donkey kommt das habe ich die ganze zeit überlegt ob ich jetzt tetris sage ach man die 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 das geht halt nur alleine ja das grenzt ja schon ein gesellschaft spiel egal wie schön ah wir zocken das geht aber ein multiplayer das gefilte 4 ja denkst du ich habe noch dreimal wechseln viermal aussetzen und 30 die neue karten ziehen auf an da kann er keine augen freundschaften zugrunde gehen an dem ja auch ja in der ersten vier karte auf helft oder wurde 14 muss schön auf die karte sind schon abpacken kannst ja am besten ist du sammelt alle davon das problem ist nur wenn du es mit fünf sechs leuten spiel ist da trifft sie meistens genau die in der nation hoffen hat es gibt ja für die vier ohne so wir wollten ja auch mal weg fest spielen ja das gibt es aber ja eigentlich wollte man mal den ghost stimulator zusammen spielen wollten wir wollten so viel zusammen spielen ja es gibt wieder wo sehen der hat kein geld dafür hallo hallo ja muss aber ein bisschen mehr hart 4 einstreiten das wird alles in der neuen wohnung ja ja genau da hängt dann auch gut an der wohnung damit denn alles funktioniert der rotstift in der alten nicht wieder in der neuen wohnung läuft dann alles besser ja ja ich glaube denke als mitarbeiter von so einer institution muss man auch öfter mal umziehen ja ja sonst brennt ja alles zwei tage in die Brude wäre möglich das ist kein zugang zu diesem land doch habe ich jetzt mich mal das habe ich verbraucht musste neu kaufen ja da ist wieder wenn der chef haben wir eine menschart maschine am nasch ich kann ich ihn geht noch ein geht noch wenn dies war immer noch nicht voll durch den überresten von sind die vier profilen noch unterziehen hier ja 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 und wie läuft es an der bga schön die zahl wird immer kleiner 5 8 1 9 7 1 5 3 1 2 1 1 9 aber drin hast du schon alles oder was ja ja ich stehe jetzt nach vorn gucken so ein bisschen die uhr an schön die abrechnung gibt es aber auch in der nächsten folge dennis waldet eines amtes ich bedanke mich für diese folge und tschüss